Das Hotel der Achtermann Getreu dem Motto, viele Details, ein Hotel, überzeugt der Achtermann mit Vielfältigkeit und Individualität. Durch die zentrale Lage erreichen sie uns bequem aus jeder Richtung. Hinter einer historischen Schale verbirgt sich der moderne Kern. Unter einem Dach verbergen sich 13 Bankett- und Konferenzräume, ein denkmalgeschütztes Restaurant sowie eine großzügige Bade- und Saunalandschaft. Mit den neu errichteten Suiten setzt der Achtermann ein Zeichen. Faszinierend! Die Designzimmer sind zu schade, um nur darin zu schlafen. Und in den Turmzimmern schweben sie garantiert auf Wolke 7. Genießen Sie Ihren Aufenthalt und fühlen Sie sich einfach wie zu Hause. Haben Sie keine Angst vor Fabelwesen oder Hexen. Trauen Sie sich. Der Harz wartet nicht nur mit mystischen Gestalten, sondern auch mit verzauberten Landschaften auf. Ob Vorfreude oder Erinnerung auf Familienfeiern, Hochzeiten und Abendessen. Die Bankettsäle bieten für jeden Anlass den passenden Rahmen. Wir sind für Sie da. Legen Sie die Organisation Ihrer Veranstaltung vertrauensvoll in unsere Hände, während Sie entspannen und Energie für Ihre Tagung sammeln können. Die tausendjährige Kaiserstadt Goslar mit ihrem historischen Stadtkern zählt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Elemente der alten Stadtmauer bilden das Herzstück des heutigen Hotels, welches sich direkt an der Fußgängerzone der Altstadt befindet. Seien Sie gespannt, was sich hinter den 500 Jahre alten Mauern des Achtermann-Turms verbirgt. Und erkunden Sie zum Beispiel das denkmalgeschützte Restaurant Altdeutsche Stuben. Gegensätze ziehen sich an. Das großzügige und moderne Tagungszentrum führt Sie ohne Umwege ans Ziel. Wir sorgen für ideale Bedingungen bei Ihren Seminaren, Tagungen und Kongressen. Tagen Sie nicht irgendwo. Sie sind ja auch nicht irgendwer. Mit modernster technischer Ausstattung schaffen alle Räume ein inspirierendes, überaus kreatives und kommunikatives Arbeitsklima. Unzählige Möglichkeiten im Haus und in der Umgebung schaffen den perfekten Ausgleich zum Alltag. Ob nach einer anstrengenden Tagung oder einem ereignisreichen Urlaubstag, in unserer Harztherme können unsere Gäste relaxen und die Seele baumeln lassen. Ein gutes Essen, gewürzt mit einer gehörigen Prise, Unterhaltung und Spaß. Unsere Themenabende sind der Höhepunkt eines jeden Aufenthaltes. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das einmalige Restaurant empfängt Sie täglich mit saisonalen und regionalen Speisen in einer gemütlichen Atmosphäre. Ob romantisch zu zweit, bei einem Candlelight-Dinner oder zu einer ausgelassenen Geburtstagsfeier in einer unserer Nischen, wir machen es möglich. Das Hotel der Achtermann, Goslar und der Harz sind zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Versprochen, wir freuen uns auf Sie. Das Hotel der Achtermann, Goslar und der Harz sind zu jeder Arzt.